So, da sind wir wieder zurück. Oh, Kopfgeld wurde wieder erhöht. Spartanische Schiffe. Warte mal, haben wir da nicht irgendein questmäßig so was offen noch? Schauen wir mal. Ähm, damit der ist ja sicher da, schau. Dann, dann, go, äh, Schiff, wo ist mein Schiff? Schiffi, so, schnell reiß, also geht nicht. Bin noch im Feindesgebiet. So, ah, dann haben wir gleich das Schiffchen. So. Schub, Kassandra, schub, schub, schub. Beschleunigen, mach 5000. Ich bin die Kassandra. Und nicht der Black Panda. Ich bin die wilde Kassandra. Wenn mir einer teppert kommt, dann gucke ich dir zurück. Na, hau, ruck, hau, ruck. So. Genug gesungen. Na, na, na. Schnellreise. So. So. Meine Freunde. Wir benötigen noch ein spartanisches Schiff. Das bis wir. Ey, klar. Der Turm ist treibt gut. Mehr Zunge. So. Na, na. Oh. Oh, die nehmen dort auf. Jo. Joh. Udara. Wo. Oh, wer. Oh. Oh, wer. Oh. Keine nicht mehr. Warum das? Ich kann immer... Ich bin's Kassandra. Lass mal ran da, ich bin's Kassandra. Ja, so. Und ja. Ui. Reisegeschwindigkeit. So. Vorne ist ein spartanisches Schiff. Das könnte man zerstören. Und ab in unbekannte Gewässer. So. Wenn immer besser. Odessa. 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 Müssen wir auch noch ein wenig schnachseln. Wieder normal. So. Keine Ahnung. So. Jetzt haben wir die Session. Schön aufgedeckt. Skyros. So. Oder die Bratwurst. So. Haben wir eigentlich das Schiff jetzt ein bisschen upgraded. Warte mal. So. Die Ruderer, die Buderer haben wir da. So. 50. 50 Holz. Scheiße. Scheiße. Die Wandern. Ich geb Wandern. Wir brauchen nicht Kohle und Zeug. Aber Athea kann die stärksten Stürmer und die heftigsten Schlachten überstehen. Doch sie wurde erbaut um bei solch herrlichem Wetter zu segeln. Okay. Und Schupp. Und Schupp. Oh ja. Entend. Das war gut. Das war gut. Wuuu. Man rüber da. So. Weißen da. Na 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 na. Heeeey. Heeeey. Da wir jetzt rüber. So. Was ist mit dir? Willst du ein bisschen brennen? Da kann man rüber. Geh mal vom Board ein bisschen. Jetzt wird klasse. Der Sparta tritt eigentlich. Ah. Die Sparta. So. Wuuu. So. Öffnen. Da haben wir ein bisschen Material gekriegt. Und. Da haben wir wieder ein Stocker gekriegt. Sehr Millionen. Sehr Millionen. Sehr Millionen. Und tschüss. So. Nice. Haben wir das abgeschlossen. Hmmm. 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 Jetzt. Ja. Ach so. Tinderschöfen können mit einem Spartanischen. Und kann er nicht mithalten. Und zerstöre Spartanische. Panther kommt dann hinter ganzem Griechisch. Ach so. Hmmm. Hmmm. Oh. Aber wo? Sandra? Das ist Maranda. So. Warum brauchten es noch? Also es ist schon gesunken. Ich hoffe, sie treiben. Ui. Oh yeah. Du sagst es meistern. Achst dich bereit zum Rammeln. Erhöht das Tempo. Erhöht das Tempo. Eila. Hast du geschmissen? Auf Position. Erhöht das Tempo. Irgendwetter. Vereilt euch. Mach's ansehen. Verpiss dich da hinten ey. Wir können es nicht erfahren. Wir brauchen Athena. Warte mal. Athenisches Gewässer. Das ist Athena. Das ist Spartanisch. Spar. Spar. Interspar. Megastar. Ist das neutral? Was? Keine Ahnung. Spartanisch. Na. Schauen wir mal. Hm. 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 Pisst's euch. Warte mal. Ist das einer? Warte mal. Ist das einer? Hast du es gesehen? Hast du es gesehen? Hast du es gesehen? Stufe zur Nüge. Wie geht's? Feierlichen Schiffe. Das Gebiet. Sondensphäre. Ach. Ach du Scheiße. Und tschüss. Macht schneller. Haltet das Tempo. Und ja. Verdammt. Schade. Das wäre genau richtig gewesen. So. Naja. Und die Mannschaft gibt wieder Gas. Entschüss. Ei. Orom Osho. das haben wir schon gut gemacht Geier kommen schon Kreisen schon um uns Was sind das für eine? Warte mal Wir schützen aus Okay, das gehört dazu Okay, das da Warte mal Ja, müssen wir mal rüber Ein bisschen aufdecken, die Map Map, Map Das ist ein Hafen So Nice Anlegen So Okay Da müssen wir sowieso unter rauf Kiemen uns das gleich Unbekannte Ort Kannst du nicht erwarten, du bringst die Kassandra Schatzkisten Wie, was? Schatzkisten? Warte mal, Icarus Ah Ah, hier, Schatzkisten Schatzkiste Schatzkiste Kiste, Schatz Schatzkiste Okay So So Waren wir da jetzt schon mal? Blindern oder so? Das kommt schon vor Schauen wir mal da rauf Kassandra Kassandra So Hopp Hopp Ratzdientel So Hopp Hopp Das ist unsere Feinde Oder so Da ist eine Schmiede Da ist irgendwas anderes Okay Was ist das da? Okay 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 Mhm Ja Na Na Haupt Wie Sa So. Dempere des Achilles. Also. Wie? Oh, ich muss noch auf. Wie? Oh, ich bin ein Borski. Wie? So. Das ist eine Kletterpartie, hm? Was tut mir da alles für den Weg? Punkt. Synchronisation und... So. Und ich brenne. Und das Köpfchen. Ah, da sind Athena. Okay. Er erweitert die Wahrnehmung. So. Dann erweitere mal die Karrus. Ja. So. Okay. So. Okay. Keine Wachen hier. No. So. Da hinten war auch eine Kiste. Boah. Es gibt genug Cache in Detach, ne? Anscheinend. Hm. So. Hoppala. So. Was machen wir jetzt? Also ein Buzelbaum. Wir fahren weiter mit dem Schiff. Richtung Unendlichkeit. Durch Raum und Zeit. Dann ist es soweit. Bitte anschnallen. Bitte anschnallen. Die nächste Runde startet gleich. Bitte anschnallen. So. Ablegen. Bereit Segel zu setzen. So, dass du wieder da bist, Kapitel. Und Schub. Treibt gut voraus. Es geht voran. Segel setzen. Das treibt gut. Ja. So. Sehr gut. Na 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 na. Sing dem oder was? Boy group. okay das ist das ist nicht los wie das duftet hellig, hützig, ja, ja. Schau dir das an, wie klar das Wasser ist, ne? Kaltes, kaltes, klares Wasser. Na, Kassandra? Ja. Hoppala. So, auf hier mit dir. So. So, darauf und gewin. Schub, schub, schub. Du kannst das. Noch 3000 Kilometer, da hast du das. Hoppala. So. Eine Ritze fehlt die Spritze. Die Spritze in die Ritze. So, wo war das, ne? Hoppala. Kassandra? Hier hat Lykomedes Theseus in den Tod gestoßen. Ja, dann pass auf, dass du nicht runterflählst, ne? So. Ja, das ist ein guter Dings, ne? Steinbrücke, natürlicher. So, jetzt haben wir das. Auch gekriegt. So, jetzt haben wir die Enkel auch schon freigeschalten. Ne, langsam wird's, ne? So, ein Viertel haben wir schon. Okay. Drei, drei. Scheinlich wäre es ein Viertel, ne? Dretel? Nein. Ein Ochtel. So. Wir müssen da hin. So. Um athenasche Schiffe zu killen, ne? Das ist ja unser Premierziel gewesen eigentlich für diese Folge, ne? Ja, ja, ich bin schon da. So. Wo sind die Athena? Und die Athena? Woo! Spür den Wind! Du Suche? So. Du, 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 mini, mini. Mini, mini. So, verrauscht, Kapitän! Tod voraus, was? Ich sehe nichts. Ah, korrekt. Oh, Scheiße, Alter. So, Manöver. So. Siehst du, Alter? Okay. Und giving. Daneben. Und wenn sie entern, du, vorn. Verrunt again. So. Ja, so geht es, ne? Kommt dem keiner helfen? Ja, das wäre schön, ne? Ja, da. Jetzt brauchen wir fair, also. So. So, die nächsten sind schon da. Und giving. Nächste Partie. Wenn ich es höre, dann muss ich es fühlen, ne? So. Hoppala. So. Jetzt zwei, drei, 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 zwei, zwei. Ja, ich brauche schon da. So, so. Aber. Hoppala. Zaneben. Na, geh mal. Da haben wir. Huh. Wings, die Kassandra hat, die Wilde. So. So. Die Wings. es ist das ist die kille durchsuchen wir suchen über athena das wäre schöner Wir brauchen Verstärkung! Für wen? Wer? Bereithalten zum Feuer! Schlaufeuer! Auch ein Schub! Wir brauchen schnell den Ton uns anlegen. Es geht! Ohne Ausheben! Hol das Segel ein! Der Feind wird gleich auf uns segeln! Sieht noch einmal! So! Flieg und Sieg! Schlaufe! 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 Jetzt wird gerammt! Rammgeschwindigkeit! Oh yeah! Musik in meinen Ohren! Die Freipolterätik ist wieder unten! So! Zack! 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 Komm her! Komm her! Go Fire! 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 So! Das wird der Chef! Das wird der Chef! Der wird ja vernichtet! So! So! Die sind aus! Haar noch! Und zack! Und der ist schon wieder fuhrt! Zack! Heule! Da ist ein Schartiger dabei! Ob es denn denn? Tschüss! Schiffszustand wieder hergestellt! Sehr nice! Und gewinn! So! Gibt's denn noch nicht, Schatz? Nicht? Ich muss den Kopf gerufen, das weiß ich nicht! Warte mal! Mal lacker! Ja! Da müssen wir hin! In die Richtung! Ritter! Oh yeah! Haben wir alles? Okay! Und schuppen! Wir müssen da lang! Ach ja! So ist das! Ohhhhh! Wo? Wo? Wo ist der Weg gut? Alles bis Santa Mea. Alles, alles. Ich sehe, das Rap geht nicht. Ja, da wird noch scheisse. Ich hätte gerne Pizza. Icarus. Siehst du eine Athener? Irgendwo. Italiener. So, was sind das da? Urhalte Schmiede. Schneller, faster. Fulle Pulle. Fulle Pulle. Fulle Pulle. Fulle Pulle. So. Was ist denn das da? Friedhof der Kuscheltiere? So. Da ist nichts. Was ist denn da los? Hm. Eine Höhle. Gibt es da rein? Das geht da rein. Warte mal. Hat sich da jemand versteckt? Na, schau einer an. Ach so, ein Stritzi, hä? Na, ha, ha. Na, ha, ha. Und Schutt. Mehr Zunge. Volle Pulle haben wir, ja? So. 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 Hm. Los, an eure Ruder! Ja! Topperlein. Mein Kriegsschiff! Reichen wir aus! Warte mal. Kapitel nicht mehr andeckt! Dieser Kriegsschiff könnte es uns. Können das rammern einfach so? So. Bitte schon mir. Okay. Wie. Ich bin die sexy Kassandra. Lass mal ran da. So, Icarus. Will mal Lage checken. Okay. Ja. Ein bisschen lang Besuch hat er ja, ne? So. Na, 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 na. Liebings, die Kassandra. So. Wo ist denn ein Schatz? Und da ist eine Person. So. Okay. Ein Schatz. Ein paar Stritzi. Noch ein Wichsi. Da. So. Ich glaub das war's, ne? Hoppala! Jetzt hab ich die kurdisten Orte umgebracht. Nein. Das wollte ich ja nicht. Sie sind da. Mit eigentlich ein Schütt, oder? Ach. Nö. Hat das nicht ewig? Alter. 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 Jetzt brauche ich mir mit Feier aus. Jetzt gibt's Feuer. Jetzt brenne ich von Leidschaft. So. Die haben wir verraten. Die auch noch. So. Komm her. Schön parieren. Obst keine Manieren. So. Da komm her. Gehen wir ein bisschen schlafen. So. Okay. Und Tod bestätigen. Und Tod bestätigen. Zack. Ich werde hoffentlich keiner verraten. So. Die wurde Kassandra hat, ne? Neue Standard. Das ist ein Leichtgewicht. Warte mal. Was hab's denn da drin? Schönes. Mhm. Gefängnisfuxes hab's da. Ja, ja. Ich dachte. Prima. Warte, warte. Warte, warte. Kollegen aus. Ich hole da. Loco, loco. Ich hole da. Loco, loco. Maler, maler. Ich bedanke dir mein Leben. Mögen Sie jetzt am übernichtbaren. Ja, ja. Warte mal. Warte mal. Da müssen wir jetzt mal gucken, ne? Jetzt haben wir neue Schuhe gekriegt. Oh yeah. Und wir haben... Somit... ...legendäres... ...scheiß Zeug an. Geil. Haha. Tatatata. So nice. Sehr nice. Jetzt haben wir legendäre, ne? Ein Stück, ein Stück, ein Stück. Hm. Sind sowas Einzelstücke, ne? Das ist natürlich semi geil. So. Hm. So. So. Okay. So. Bogen. Wir haben auch, glaube ich, verbraten, ne? Scheiße. Hm. So. Okay. Ja. Somit sind wir ein bisschen im Baus, ne? Hoffentlich. Äh. Hoppala. Mhm. Mhm. Wann haben wir denn da für eine Spezi? Das müssen wir noch ein bisschen schauen. An Kurdisten. An Nudisten haben wir da jetzt schon. Den können wir aber nicht nur frei machen, ne? Da haben wir noch den da. Okay. Okay. Lassen wir heran da. Okay. Warte, da ist... Der hat eine Information gehabt, ne? Der hat ein legendäres Zeug gehabt. Ja, ja. Die haben das Zeug, ne? Mhm. Sehr gut. Okay. Der hat ein legendäres Zeug. Und der auch's. Ist das ein Grafikfehler oder so? Ja. Schaut's euch komisch aus, ne? Na ja. Wir zahlen. Wir beenden das für heute. Und... Ja. Sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.